Hallo und herzlich willkommen bei Olis Camper. Dieses Wochenende sind wir am Campingplatz Hameln an der Weser. Ich habe mal wieder ein paar kleine Bilder und Videos zusammengeschnitten, einen kleinen Film draus gemacht, ein bisschen Musik hinterlegt. Ich hoffe es gefällt euch, falls ja, lasst doch einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bye-bye. Bye-bye? Nein, bye-bye. Der Film kommt ja jetzt erst. Also viel Spaß beim Film. Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Olis Camper. Bis zum nächsten Mal.